Peng Peng Bro Tato Gang, heute mal in draußen im Auto, aus gegebenem Anlass. Wir fahren heute wieder in die Trampolin-Halle und haben einen Special Guest dabei, der noch nie in der Trampolin-Halle war. So gefurzt, Alter, sorry Leute. Fahrer Lorken auch am Start. Und wir treffen noch einen. Ein Special Guest. Heute einfach die Trampolin-Crew am Start. Fünf Leute, man, Alter, das gibt eine Massenkarapolage. Was die Leute aber noch nicht wissen, ich habe einen Fidget-Spinner. Nein, Spaß. Es ist heute so warm hier, Leute. Die Sun ist am Ballen, da kann es passieren, dass der Boden mal spontan zu Lava wird. Ihr kennt das Spiel, wenn einer ruft, der Boden ist Lava, hat man maximal fünf Sekunden Zeit, weg vom Boden zu kommen. Das werde ich heute mal ein paar Mal rufen. Mal sehen, ob die sich retten. Freunde, jetzt noch ein kleiner Geheimtipp von uns. Es gibt im Airhob gerade eine richtig nice Aktion. Und zwar ist das die Bring deinen Freund mit Aktion. Das heißt, ihr kommt mit zwei Leuten hin, also du und dein Freund, und bezahlt nur einen. Nein, also ihr spart die Hälfte. Ihr solltet auf jeden Fall jetzt springen kommen, weil jetzt sind auch wir da und es ist billiger. Genau. Sagt an der Kasse einfach Bring a Friend und zack, nur noch 50%. Und sagt, ihr wisst das von den Rotatoes. Die Rotatoes haben euch das gesagt, ja. Insider-Tipp. Und jetzt gehen wir rein. The floor is Lava. Oh, oh, oh. Alter, das war knapp, ey. Der Boden ist Lava. Eins, zwei, drei. Und verbrannt, da tut mir leid, Elias. Oh, ich bin eigentlich auch verbrannt, aber ich war nur Kameramon, Leute. Gibt mehr Punkte. Ich bin der Floh aus Lava. Nein, nein, nein. Treppe zählt nicht, Jungs. Treppe zählt nicht. Das ist auch Boden. Das ist eine Haarspatterei, akzeptiere ich nicht. Dokumentation. Ein Fußballtorwart in der Trampolinhalle. Wie wird das klappen? Schaut euch mal diese Beine an. Wenn da das Trampolin nicht mal reißt. Ein kleiner Schritt für den Majus, aber ein großer für die Rotatoes. Oh mein Gott. Wie fühlt es sich an? Jetzt ein Triple Backflip. Ja, und jetzt können wir eigentlich wieder gehen. Ja, ich würde aber sagen, es ist gerade ein bisschen heiß. Der Boden ist Lava. Die erste Regel, die uns gesagt wurde, nicht rennen. Alles klar. Alles klar. Oh mein Gott. Da haben wir unseren Frontflip-Experten gefunden. Und wir alle sitzen hier in der Familie. Sowas habe ich noch nie gesehen. Der Boden ist Lava. Wo ist Lars? Wo ist der Junge? Ich bin mit einem Hexschwung hier drauf. Der Boden ist Lava. 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 Der Boden ist schon aussehen wie ein Lauch. Was sagen Sie dazu? Das sehen wir jetzt. Da ist das Ding. Da haben wir den ganz klaren Terminator. Der Boden ist Lava. Der Boden ist Lava. Lava ist Lava. Das machen wir Linzismus irgendwo hin. Das geht nicht gut. Wir müssen Marius retten. Nimm das Rettungslein Bruder! Er hat es. Warte. Okay. Jetzt. Oh mein Gott. Lass mich zurück. Locken begraben. Mach dein Fass. Marius lernt heute den Triple Backflip auf jeden Fall. Das ist das Ziel. Ohne Triple und ohne Backflip. Ja, also einfach springen. Entspannte Sprung-Session hier. Wie eine glückliche Familie hier. Da haben wir den Papi. Da haben wir die Mami mit der Glatze. Und wir sind die drei Kinder. Und Triple Backflip. Alter. Oh, shit. Oh, shit. Oh mein Gott. Was passiert hier? Oh. Alter, die Mitarbeiter hier sind böse. Haben alle überlebt. Oh. Oh. Backflip-Kraube. Oh. Watch out, watch out, watch out, watch out, watch out, watch out, watch out. Oh mein Gott. Oh. Der Boden ist Lava, ihr Pister. Tod die beiden Spackos. Lecker bisschen hier von Marius, ey. Das sind ja ungeahnte Skills hier, da. Das sieht in die Fresse aus. Alles umgekattet hier. Oh, 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 oh. Der Boden ist Lava. Nein. Hey Leute, was geht hier ab? Also, die Mitarbeiter haben es geschafft, aber wir irgendwie nicht. Ich auch nicht. Ich hätte auf eine Flasche steigen können. Ne, die wäre ja auch verbrannt. Oh. Alter Locken. Wie macht der das, der kleine Monkey? Leute, Marius flirtet in der Trampolin Halle. Frauen im Trampolin Park reloaded. Marius zu Player, was ist da los? Was ist da los? Ja, Fußball also. Über Bälle, okay. Okay. Ich bin nüböchtig. Ich bin nüböchtig. Ich bin nüböchtig. Wir stecken hier bei der Trampolinhalle. Niemand sieht uns. Guck, wir sehen uns. Lorken uns verrät, dass er ein Linko hat. Hashtag Linko in die Kommentare. Oh, Lorken, du Linko, Alter. Hashtag Linko in die Kommentare. Ja, das ist ja über. Das ist wie so ein Moment, wenn der Boden Lava ist. Da hängt er auf der Windtonne. Weißt du, das ist ein Satz, das ist ein Satz. Ich weiß nicht, ob man die jetzt mal benutzen hat. Ich glaube, ich jetzt eingetreten. Alles klar, Leute, das war ein richtig stabiler Tag in der Trampolinhalle. Ich danke euch allen, dass ihr gekommen seid. Du Linko, Alter. Das war jetzt schon ein Veranstalt. Scheiße, hab mich einmal heranbekommen. Folgt ihn mal auf Instagram. Als ob das Video jetzt zu Ende ist. Nice. Er deckt einfach nur so den Bildschirm ab, aber nicht die Kamera. Lorken, der Boden ist Lava. Oh, ja. Alter. Diese AirHop-Mitarbeiter. Ach, soll das auch nicht mitmachen.